So, Eberhard Bauer ist auch wieder drin und er hat immer noch nicht... Junge, also, du machst die komplette Atmosphäre kaputt, wenn ich die ganzen Pflanzen hier rausnehmen soll. Das sieht gleich alles langweilig und scheiße aus. Weil dieser scheiß Krepel einen kompletten Sockenschuss hat. Junge, was? Nicht genug Grasland. Guck dich um. Wallach. Jetzt gehen wir hierher. Grasland. Mehr Grasland geht de facto nicht. Fühlt sich unwohl. Alles klar, Kollege. Ja, klar, er fängt schon wieder an, Scheiße zu bauen. Junge, ich brech dir gleich dein Genick. Was macht denn der Mensch da drinne? Ich brech dir echt gleich dein dämliches Genick. Du siehst schon aus wie so, dann weiß ich nicht was. Das sieht genauso aus, wie du heißt, Alter. Ich weiß nicht, was er mit seinem Grasland hat. Ich weiß es nicht. Das ist ihm wahrscheinlich zu wenig Summs. Ja. Los, raus da mit dir. Junge, raus mit dir. Was rennst du denn wieder rein? Alter. Nur die Menschen sind aber auch komplett lost in diesem Spiel. Zwei tote Dinos. Ja, und? Was bist du? Dinocheros, alles klar. Wollen wir uns einen neuen? Kann man das auch mal hier nach, nach Alphabet sortieren? Das wäre auch schön. Warum gibt es dafür keine Mod? Ist mal no joke, Alter. Wollne, wir haben noch so viele Velos. Wir warten noch, bis einer stirbt. Aber das wär's doch mal. Eine Mod, die die ganzen Sachen nach Alphabet sortiert. Wollt ja nicht so schwer zu, äh, programmieren sein. Ist ja jetzt draußen. Ich rat's mir einfach. Das ist aber auch ganz schön viel im Boden, ne? Das ist auch nicht gut. So. Also, jetzt sieht das Gehege natürlich richtig low aus, Alter. Also in dem Gehege am Anfang hatte ich mich wirklich wohlgefühlt, aber das hier, ist ja wirklich low. Warno, Sabotage in Gang. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Jetzt reizt mir langsam. Produkt wurde zugestellt. Warno, Sabotage. So. Ja, hier sind wir ganz kritisch. Ich weiß nicht, was ich da mache. Er fängt schon wieder an, Scheiße zu bauen. So was, du wirst jetzt abgeschossen. Ist mir ja scheißegal. Dann bleibst du halt liegen. Bist du in der Klapse kommst. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ist ihm hier zu viel Gras in seinem Grasland? Oh. Ich entferne gerade Gras. Sagotage in Gang. Hä? Könnte ich bitte... Oh, was sinnvolles löschen? So. Nicht genügend Grasland. Mach ich noch weniger Gras. Nicht, dass die Scheiße als Steppe oder als Wald zählt. Das wäre natürlich auch wieder... Dann braucht man ein Update. Ich will einfach nur das Gras entfernen. So. Könnte ich jetzt bitte an das Gras rankommen? Ja, dankeschön. Geht hier hoch weg. So. Ey, wenn ihm das jetzt nicht reicht, ne? Wenn ihm das jetzt nicht reicht, ne? Liebe Zuschauer. Das sieht aber auch scheiße aus mit dem Zaun. Hä? Was ist denn da schon wieder passiert? Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann müsst ihr euch bitte mal die Ohren zuhalten. Es könnte sein, dass ich dann ein wenig ausfallend werde. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Mach doch den Zaun nicht so hässlich. Oh mein Gott. Alter, was ist denn das jetzt hier? Könntest du bitte aufhören? Hey. Ich krieg grad wirklich ein zu viel. Ich krieg grad wirklich ein zu viel. So. Nehmen wir halt diesen Stein hier. Ne. Nehmen wir diesen Stein hier. Ist er das? Ja. Nee, das sind sie doch scheiße aus. Könntest du bitte einfach diesen Zaun machen? Richtig machen. Dankeschön. Produkt wird eingesammelt. Ich geh nur im Grasland. Ich weiß beim besten Willen nicht, was dein Problem ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ihm nichts getan. Und dieser gottlose Dinosaurier behandelt mich wie in den letzten Scheißhaufen. So, weißt du was? Und jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir. So was? Du kannst dich jetzt dahin zurückverpissen, wo du hergekommen bist. Junge. Dich verkaufe ich jetzt einfach an irgendeinen Scheiß-Zohr, Digga. Kannst du dann Kunststücke vorführen? Viel Spaß in deinem neuen Leben. Wenn dir das Beste nicht gut genug ist. Lege weitere Aufgabe fest. Ratte eines Dinosauriers. Stetige Aufgabe. Nicht genug Grasland, Digga. Er hat sie doch nicht mehr alle. Ich sag's euch. Und wenn er verdursten und verhungern muss, er wird bis aufs Äußerste mit mir diskutieren. Hauptsache, er kriegt sein scheiß, perfektes, nuttiges, dreckiges, ranziges, vollgepisstes, versüftes Grasland. Aber den Krieg führst du gegen den Falschen, Kollege. Den Krieg führst du gegen den Falschen. So, du alter Beule. Ja, jetzt hast du ein vollständig leeres Gehege. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hoffe, es gefällt dir. Du Ratte. Wisst ihr was? Wir klatschen jetzt einfach die Scheiße durch. Wir klatschen jetzt einfach die Scheiße durch. Hier. Ich kacke jetzt auf Schönheit, ja? Seht ihr das hier? Schön zurechtgezuppelt hier. Seht ihr das hier? Richtig schön designt. Oder das hier drüben. Das hier, ne? Richtig geil gemacht. Machen wir nicht mehr. Machen wir einfach nicht mehr. Machen wir nicht mehr. Weil es unter anderem solche Drecksäcke hier gibt. Ja, was ist denn das? Spurt mal Anfang der Folge zurück. Oder letzte Folge. Vergleicht mal. Anfang mit dem hier, was jetzt ist. Was ist denn das? Das, meine Damen und Herren, sieht scheiße aus. Und bei der Meinung bleibe ich. Transport abgeschlossen. Elendiger. Schweinepriester. Ich weiß nicht mal, ob ich den habe. Monoklonius, Alter. Sieht schon aus wie so ein Monoklonius. Erst mal gucken, ob ich den habe. Jetzt bleibt mir eine Ordnung nach Alphabet. Super. Nö, habe ich noch gar nicht. Wenn du die gute Dame bitte auch für mir ständig Missionen zu geben. Für irgendwelche Viecher, die ich nicht besitze. Und hiervon war keiner groß genug. Echt? Ernsthaft jetzt? Oha. Ist aber gut, dass wir hier ein Vier-Sterne-Ding bekommen haben. Mono irgendwas hieß der jetzt, ne? Jetzt gucken wir nach dem Diplo-Kaulus. Junge. Willst du mich in irgendeiner Weise verarschen? Also jetzt nehme ich es wirklich persönlich. Spätestens jetzt hat er nämlich wirklich alles in seinem Gehege, was man sich nur wünschen kann. Dieses undankbare Ziegenbein. Jetzt kommt es nämlich, ne? Jetzt fängt er an zu behaupten, ja. Also das Gehege ist mir ehrlich gesagt nicht schön genug. Don't you say, bitch. Don't you say. Äh, wir wollten Dinge tun. Struktur beschädigt. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Mono irgendwas. Ne, Mini, Mono... Diplo-Kaulus und Mono-Klonius. Alles nicht... Also jetzt möchte ich das Spiel mir wirklich auf den Geist gehen. Wo starten wir? Wo starten wir? Wir starten hier unten. Ei... Mono... 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 Diplo-Kaulus... Hey, jetzt reicht's mir echt. Wir haben fast 70% von dem Scheiß genommen. Das kannst du mir nicht erzählen. So, war ich stehen geblieben, ja. Deino-Kaulus... 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 Die existieren nicht. Deino-Kaulus... Das ist echt ein Arsch. Das kann's nicht sein. Posto-Supo-Siggy. Matsuto. Es gibt kein Diplokaulus und kein Monoclosaccharidocacus. Hä? Muss ich denn erst erforschen? Mono hier, den muss ich erst nachher erforschen, okay. So, das ist hier schon wieder das Problem. Schutzräume öffnen und die Dingenskirchens wieder hier reparieren. Geborgenheit 100. Guck mal, ich warne dich. Ich warne dich, wirklich. Mach mich nicht wütend. Mach mich nicht wütend. Du willst mich verarschen. Du willst mich wirklich verarschen. So, und jetzt der Diplokaulus. Stopp. Wir gucken erst. Diplokaulus. Oder verlässe ich mich die ganze Zeit? Diplokaulus genommen. Ah ne, den habe ich noch nicht auf 72%, äh, auf 75. Den muss ich auf 75 bringen. So, warum ist das gemeint? Das heißt, den hatte ich wahrscheinlich noch gar nicht. Dann gucken wir jetzt nochmal beim Vorstunden rein. Das kann es ja nicht sein. Hier ist nichts. Ja. So, dann gebe ich was sein. Hier ist aber nichts. Nö. Da ist nichts. Ja. Da ist kein Diplokaulus. Ne. Jetzt mal eine haben nichts. Gebäude auch nicht. Gebäude Upgrades nicht. Globaler Betrieb. Das ist ja kein Diplokaulus. Ich bin da nicht so gut. Ich bin da nicht so gut. Aber jetzt das ist ja kein Diplokaulus. Aber jetzt sind wir ja nicht so gut. Ich verstehe es nicht. Oh, jetzt hier, ne? Medizin. Hier existiert kein Diplocaulus. Es gibt keinen Diplocaulus. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel mich irgendwie verarschen möchte. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass da nichts stand. Nachschubanfrage erhalten. Bestätigt. Aufgabe erhalten. Ich reise jetzt einfach in den zweiten Park, Alter. Also in den ersten meine ich. Das verstehe ich auch nicht. Hier ist alles sehr hoch, aber das da ist trotzdem nicht in Ordnung. Das ergibt alles keinen Sinn. Wir gehen da hin oder wir gehen da hin? Was bedeutet denn das Zeichen da? Hm. Wir gehen mal kurz hier rüber und gucken mal, ob es hier ein Diplocaulus gibt. Was ich nicht glaube. Weil die Mission gilt ja auch für die zweite Insel. Es kann ja nicht sein, dass ich eine Mission kriege für einen Dinosaurier, den ich da nicht kriegen kann. Macht nichts, wenn es schnell geht, Spiel. Ne ernsthaft, Spiel. Ist vollkommen in Ordnung. Lass dir ruhig Zeit, Diggi. Hallo? Spiel. Jemand zu Hause. Jemand zu Hause. Hallo? Ey, sag mir nicht, das Spiel hat sich jetzt aufgehangen. Junge, ich kotze im Strahl. Untertitelung des ZDF, 2020